Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conker's Bad Furry. Ja, ich gehe immer runter. Gut. Ja, wir sind jetzt erstmal hier im Kacke-Land stehen geblieben, mal wieder. Und ich habe nämlich ja... Das ist mir natürlich aufgefallen, als ich mir meine Videos angeschaut habe. Ich habe natürlich das Geld vergessen. Das Geld da drin. Also muss ich da jetzt nochmal rein und mir das Geld schnappen. Heil dich mal, so Conker. Geh da rein, hopp. B. Wo bin ich? Oh, feier jetzt. Ah, die Steuerung unter Wasser ist so schwer, ey. Schnell. Da, wir kommen zum Geld. Ey, das Geld schubst mich runter. Hihi. Meins. Halt die Fresse, blödes Geld. Yeah, more Sponduli. Sponduli. Was heißt das überhaupt? Wie gesagt, ich bin nicht so gut in Englisch. Ein Freund könnte mir zwei helfen in Englisch. Ja, genau. Ich frage mal meinen Freund, was Sponduli heißt. Äh, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, genau. Ich gehe schnell nach unten. So, ich glaube, jetzt habe ich das Geld, alles Geld. Und wer dieses Spiel kennt und wenn ich noch was vergessen habe, bitte schreibt zu die Tommies. Oh, ich will kein Kackeball dahin rollen. Muss ich? Okay, ich mache es einfach. Ich achte mal nicht auf die ekligen Geräusche, die dieser scheiß Kackeball macht. Ich muss auf diese Mistkäfer aufpassen. Die wollen anscheinend nicht, dass ich da, dass die Scheiße da rumrolle. Deshalb. Boah, ich habe jetzt meinen Sound ein bisschen leiser gestellt, ey. Diese Geräusche sind zu eklig. Also, ich glaube, in die Höhlen kann ich die nicht reinschieben. Oh, oh. Ich mache hier nichts. Gut. Schnell vorbei, Conker. Die fliegen hier immer Patrouille. So, wie es aussieht. Weg. Tschüssi. Gut, genau. Geh in deine Höhle rein. Ich will hier nur vorbei. Wo bin ich hier? Äh. Hä? TNT! Ja, ich komme neue Scheiße. Was soll ich da mit? Muss ich den jetzt ganz da hochschieben? Ach so. Nein. Conker. Aber wo ging es da nochmal drauf? Wäääh. Komm, Conker, auf. Ging es hier hoch? Moment, ich laufe mal den kurz den Weg entlang. Ja, ich glaube, es ging hier hoch. Dann schaue ich mal. Alter, ey. Das gibt's nicht. Dass ich immer sowas machen muss. Warum muss sowas... Äh. Ich bin nur... Ich... Ich bin nur der Kacke-Roller. Geh mal in deine Höhle da rein. Und tschüss. Oh Gott, dieser Weg ist ganz schön schmal. Ich muss auch fassen, dass... Ist das echt der richtige Weg hier? Ja, hier lag der... Hier lag der eine... Riesenkäfer da. Warum muss Conker immer so eine Scheiße machen? So, er wird immer größer und schwerer. Muss ich den da reinschieben? Ja, anscheinend schon. Oh, wie komme ich an das Geld? Wow. Boom. 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 Öh. Okay, die Tür ist offen. Geil. Oh man, jetzt habe ich irgendwie den Zelda-Sound vermisst. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gut, dann mache ich den halt so. Ich will an das Geld. Kann ich da oben rein? Bin mal noch nicht. Ja, ich weiß, dass da Money ist. Oh, wie komme ich da hin? Ich komme nicht an das Geld. Autsch. Sollen wir da echt schon reingehen? Ich habe irgendwie Angst davor, da reinzugehen. Weil das ist ein scheiße Berg hier. Und naja... Ach, ich gehe da jetzt einfach rein, verdammt! Ja, Konka mit seiner Gasmaske sieht lustig aus. Oh. Hey, pal, woher du gehst? Anna, da, da. Take my bicycle out of here. Es ist wirklich so schlecht in da. Du einfach nicht willst in da. Calm down. Jetzt, calm down und sag mir, was ist der Fall? Okay. Das hat alles angefangen, zwei Tage vorhin. Ja, das ist ja, das war's. Das war's. Es war mir und der Lats. Oder haben wir ein paar Zee. Und das nächste Mal, wenn O Ches ist, ist es gut. Wir kommen zu finden. Wir haben gedacht, ach, vielleicht ist es schon auf, nachdem du bei der Schöpfung oder so. Wir haben nicht gedacht. Paz war's. Er war's. Er war's. Er war's. Er war's. Und ich bin da und sagte, hey Bazaar, wie du denn da? Hey, ich waved over. Und das ist es. Das Ding kam aus der Scheidt. Und ich dachte zu mir selbst, oh no! Ich bin da raus. So, ich hatte die Heidt erst. Und dann kam ich raus, ich dachte, es war alles klar. Die lads sind gone. Die Basterde sind in der Bein. Ich bin da raus. Du kannst du was du möchtest. Du kannst du da raus. Du kannst es bekommen. Sie ist... Alter. Habt ihr das gesehen? Oh nein! Ich erkenne diesen Ort aus einem Video, das ich irgendwann vor ein paar Jahren oder so mal geschaut habe. Das heißt doch... Yeah, Sheikon! Bring me some sweet corn! What? Who is that? Can't see anyone. Mm-mm. Okay. First 21 times. Woo! Der will sweet corn haben. Ai, 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 ai! Nein, 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 Konka! Draußen. B-Knopf. Kann ich nicht benutzen. Komm her, du sweet corn! Diese Stimme, ja! Äh, wohin jetzt? Da rein? Ja, er wirft ihn rein. Yeah. Um... Huh? Alter! Wuh! Hier. 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 Hier und hier. Hier, hier. What the hell? Ich bin in Scheiße ertrunken. Ja, ey. Na ja, wie gut, dass ich fünf Leben habe. Alter, die Scheiße tut einem ja richtig weh. Komm her, Sweet Corn. Ja, ich hab's. Wow, 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 weg. Aua. Du Scheiße-Hand, ey. Ich muss ihm irgendwie den Weg abschneiden, immer. Ich hab B gedrückt und das ist... Ja, ich hab dich. Gut. Schmeiß rein. So, ey. Okay, jetzt muss ich ihm mehr Sweet Corn bringen anscheinend. Oh, mein Gott. Boah, dieses Spiel ist krank. Ah, Schoki. Wow. Scheiße, fliegt von der Decke. Was ist das für ein Ort hier? Ey. Iiii. Conquer. Oh, oh. Geh einfach weiter, okay? Komm mit. Wehe, da kommt jetzt eine Hand raus. Ja, da kommt eine Hand raus. Schon wieder. Gut. Das erste Sweet Corn ist away. Ja, das nächste. Das zweite. Ai, 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 ai. Oh. Blöde Hand. So. Noch mehr. Boah, ey. Fast, fast wieder getroffen. Scheiße. Oh, da ist Money. Money. Äh, was ist das denn? Ist das? Okay, da. Da muss man dran ziehen. Es ist Nebel. Ich weiß, dass hier ein Bosskampf kommt. Also, ui. Also, das weiß ich schon. Dass hier ein Bosskampf kommt. Wie gesagt, ich hab mal ein Video vor langer Zeit gesehen. Dankeschön. Und, ähm, ja. Was ich da gesehen hab, da hab ich zwar nicht gekotzt danach, aber danach war mir schlecht. Ich hab zwar nicht gewusst, worum es ging. Aber ich wusste schon, dass das scheiße war. Wo da, wo der Kerl da drin war. Ich hab, glaub ich, so ein Walkthrough. Nein, ich hab kein Walkthrough gesehen. Nein, nein, nein. Irgendwas hab ich gesehen. Irgendein Video, wo das drin vorkam. Aber. Ich weiß halt nicht mehr genau. So, das dürfte jetzt das letzte Sweetcon gewesen sein. Ich will das nicht da reinwerfen. Na gut, ich werfe da rein. Ich wusste es. Ach du Scheiße. Oh nein. Jetzt spart mich rum, nicht jetzt. Äh. Ich bin der Greatmighty Poo. Und ich werde dir meine Scheiße auf dich. A huge supply of tea is come from my chocolate starfish. How about some scat you little twat? Bis dann. Tschüss.